Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit meiner Wenigkeit und zwar heute ein Langzeit Review zum iPhone 7 und zwar kommt direkt zur Optik und zwar ich habe hier eine original Apple iPhone eine original Apple ähm wie nennt sich das Zeug hier Silikonhöhle drauf und ihr müsst sofort mal entschuldigen als erstes und zwar ich hab Husten ich bin noch erkältet ich hab mich aber trotzdem entschlossen ein Video für euch zu machen da ich das alleinigst geplant hatte und sind noch ein paar Videos schon äh da die noch rauskommen sollten kleinen Moment bitte so wir werden da Optik also das iPhone hat leichte Gebrauchsspuren Mikrokratzer kriegt es ja schon da durch äh einfach so durch den Finger nachher da drauf Kratzer, echte Kratzer kriegt ihr schon wenig mit dem Blickkratzer also das würde ich lassen hab ich noch nicht eins probiert zum Glück bei der Diamantschwarzen Version hier und ich muss sagen es hat sich echt gut geschlafen sehr viele neue Kratzer sind dabei ich lege das Gerät nicht mit das hier drauf auf dieses Holz weil es ist eigentlich relativ glatt aber eben nicht glatt genug macht mir der Kratzer ohne Ende also und direkt eine Empfehlung macht hier kein irgendein Öffkleber oder irgendein Slickrap drauf das Zeug lässt euren iPhone Abdruck verschwinden nur nebenbei als kleiner Funfact und zwar Thema Optik wie gesagt es saugt halt Fingerabdrücke an magisch sieht man ja hier es ist einfach alles wenn ich ganz oben hier rum sieht es halt jetzt oder sieht es halt verzeihen bitte sieht es halt jetzt auch schon wieder hier so dunklen Ton überall es hat einfach es ist wie ein Magnet für Fingerabdrücke geht aber noch Kratzer gehen ohne also ich würde nicht äh für welche die das Gerät ohne Hülle benutzen wollen sondern dass besser die mattschwarze Version kaufen aber für mich ist das ja wunderbar weil ich wie gesagt diese gefütterte Hülle hier dazu nutze also man kommt direkt mal zum Technischen ich lege dieses Ding hier mit einer Hand wieder in die Hülle rein hier so alles klar Technik ich bin mehr als zufrieden auch mit der Technik weil ich äh bis jetzt noch keine Hackeleien oder Ruckeleiter irgendwas gehabt habe es ist nach einem Monat her wo ich das Unboxing gemacht habe ich habe bis jetzt noch nicht äh gesehen großartig wer sich wundert warum ist das auf dem Ding so spät ich habe eine App installiert und ihr werdet euch wundern ob es das die gibt ne Zeitverstellungs-App die kann ich dir kann ich euch aber lassen so die ist äh mal sehen vielleicht verlinke ich die mal noch irgendwann in der oder auf jeden Fall ist es jetzt eigentlich gerade aus dem 9 wenn ich das Video aufnehme also äh 21 Uhr da steht hier nur ich habe die Zeit um in zwei Stunden ungefähr vorgestellt oder besser gesagt zweieinhalb Stunden ähm es ist nicht cool dass ich viele Leute verarschen will ich habe aber leider vergessen das zurückzustellen auf jeden Fall ähm Technik wunderbar keine Ruckler keine Schmierereien funktioniert alles großartig und die die Lautsprecher haben sich auch gut geschlagen der Ton ist nicht leichter geworden die Helligkeit ist krass das hier was ihr seht ist halbe Helligkeit weniger als das wenn ich voll aufdrehe kann man kann man was erkennen wegen der Kamera also das ist echt auch im Alltag die Helligkeit ist gut die ist echt große Klasse Kamera habe ich letztes Mal eine angesprochen funktioniert einwandfrei hat einen äußerst schnellen äh wala jetzt habe ich ein Foto gemacht einen äußerst schnellen Autofokus funktioniert einwandfrei ich habe die Kamera die ist äh sehr Farben original getreu macht sehr gute Lowlight Performance Bilder und ist sehr flott auch im Bilderschießen und Portrait äh Portrait sag ich Panorama und all drum und dran ähm ja genau jetzt kommen wir noch zum Touch ID Sensor habe ich letztes Mal auch vergessen zu erwähnen der funktioniert echt immer recht zuverlässig wenn ich jetzt hier drauf drücke puff sofort geht es an ich brauche hier nur dass ich das Ding anmache ding und schon ist da oben steht da oben entspart bedeutet wenn ich jetzt das Ding ah ich weiß jetzt worum es so geht wartet mal ganz kurz so nochmal wenn ich jetzt einfach starte na ich drücke nochmal drauf ganz kurz puff ist das Ding entspart da hat durch so ein ganz kurzes drücken klick hat er mein äh hat er mein Ding weil da oben stand gerade entspart ich zeig euch das nochmal puff entspart durch das ganz kurze tippen Achtung warte wurde sie also warte so bumm entspart schön heftig und das ist meiner Meinung nach recht nützlich weil man dann nicht immer erst ewig drücken muss und so weiter Leutsprecher zum Thema Leutsprecher wollte ich auch noch kommen ähm da haben wir Stereo-Leutsprecher hatte ich euch schon mal erklärt hier hin und hier hin die tun ihren Zweck wirklich wenn du dir das Ding vor vors Gesicht hältst du merkst den Stereo-Effekt und der Sound klingt wesentlich voller natürlich nicht so voll wie bei den hier aber voll voll genug für ein Handy-Leutsprecher weil also meiner Meinung nach immer der Besten den es gibt und trotzdem das Gerät schon so alt ist jetzt schon wieder im Vergleich ist es immer noch eines der schnellsten Smartphones auf dem Markt und das muss man sich mal vor Augen führen also das ist reine Kaufempfehlung für mich für das Gerät allerdings würde ich empfehlen immer mit Hülle und Panzerglas tragen wenn ihr das Gerät äh heile und ohne Kratzer heim wollt jetzt kommen wir aber noch mal zu was anderem und zwar wir kommen zu meinem zu einem Grund auch noch warum ich das Video hier hochlade und zwar meinte letztens wieder in den Kommentaren eh dich guckt keiner in dem Video von Fox und SkyGuy wo der Hater dort ist und die Böller dort in die Bude reinschmeißt dich guckt keiner ja mich guckt keiner ich sag dir eins Freundchen sag nochmal mich guckt keiner warum guckst du mich dann an? wenn mich keiner guckt warum guckst du dann? das ist meine Frage und warum hat das Video schon 25 aufgerufen wo es noch gar noch mal so lange draußen ist und das andere und da äh da das Unboxing zum zum DZE 90 hat 51 aufgerufen und ist schon 3-4 Monate draußen äh ja 2-3 Monate ja 2-3 Monate ist schon draußen mich guckt keiner wenn mich keiner guckt dann verschwinde von dem Kanal ganz deutsch gesagt ganz human gesagt ich hätte was anderes sagen können egal äh äh was noch eh noch guckt äh meinte ladet sein mein Junge zu dem Euro Truck Simulator ja falls du mich noch guckst oder falls du andere Videos guckst ich sag dazu so viel ich hab da noch geantwortet ETS 2 ist so lange gestrichen und das sag ich nicht noch zitieren sag ich zu allen so lange gestrichen bin ich schon ordentlich im Computer habe da diese Qualität selbst für mich unerträglich ist ich seh es ein mein Gott geht nicht ich seh das ein kann man auch nicht mehr akzeptieren immer nur diese Kackqualität auf deutsch gesagt wirklich ist einfach das kann man einfach nicht mehr an sich reinziehen da kann man sich wirklich bessere Let's Plays angucken seh ich ein ich muss einfach einen guten Computer haben und äh einen guten Humor sagen wir es mal so wenn man das alles hat kann man das machen und wenn ich einen neuen Computer habe dann wird es wieder losgehen es könnte sein dass Forza Horizon 4 Let's Play wird einer guten Aufnahmequalität kann ich jetzt aber auch noch nicht garantieren sehen wir dann ja gut äh kommen wir noch dazu was in nächster Zeit kommt und zwar kommt oder was hieß in nächster Zeit zeitgleich mit dem Video hier kommt noch ein Video aus Tipps und Tricks fürs iPhone besser gesagt für iOS und dasselbe verzeilen dasselbe gilt für das WiFi Verbindungsgerät mit der Panasonic Image App vom iPhone 7 zu Panasonic Lumix DMC TZ91 oder eben auch TZ äh oder besser gesagt FD5 oder FD6 oder FD7 wie auch immer das wären dann die Sachen die noch kommen in Zukunft oder siehst in Zukunft das kommt jetzt relativ zeitgleich dann irgendwann schon wieder raus ja das war es eigentlich schon wieder mit dem Video das waren ein paar Informationen und ein und ein kurzes Langzeit Review zu meinem iPhone 7 wie gesagt nochmal wenn ihr nicht ganz so viel Geld investieren wollt und trotzdem unsere schnellsten iPhones haben wollt oder Smartphones haben wollt kauft euch das iPhone 7 ich krieg kein Geld dafür das ist keine Produktplatzierung ich mein es einfach nur mal ernst wenn ihr ein gutes Handy ein gutes Smartphone haben wollt kauft euch das iPhone 7 weil es einfach eine mega gute Performance für so in Anführungsstrichen alles das Gerät von 2016 bietet ich hoffe es war hilfreich für einen oder anderen äh Zuschauer da ihr zuguckt falls ja dann lasst mir doch bitte einen netten Kommentar hin äh in der äh unten unter dem Video hier unten irgendwo da unten ein Kommentar da und abonnieren nicht vergessen und liken da würde ich mich sehr drüber freuen man muss sich immer vor Augen halten äh Leute machen keine guten Videos freuen sich aber immer über ein Like zumindest sehen die meisten das so deswegen würde ich auch mich freuen wenn du ein Like da lässt und abonnieren nicht vergessen und teilen wenn ihr wollt wie gesagt einen Kommentar hinterlassen wenn mal wieder so äh ich sag mal mal wieder so schönes Wetter ist können wir mal heute draußen Videos machen jetzt gerade ist die Wintersaison hier eingetreten es ist in der Arschkälte also in die Wintersaison ne aber es ist ja nicht von der Arschkälte draußen deswegen kommen jetzt gerade keine outside outside Videos also gut nicht mehr lange geschwitzt war schön ein Video gemacht zu haben für euch man sieht sich bis zum nächsten Video auf meinem Kanal Sachsen gehen wir achten macht's gut schönen Abend noch Ciao